Ich habe einen Werbepartner. Merhaba arkadaşlar, was geht, was geht? Also vorab mal, wundert euch nichts über meine Augen. Ich hatte eine kleine OP. Aus diesem Grund sehen sie so übel aus. Sehr angeschwollen und rot. Aber ich dachte, ich warte nicht mehr lange. Und mache ein kleines Unboxing. Also nicht allzu heftiges, einfach nur ein kleines Unboxing, damit ihr seht, was nach Hause gekommen ist. Ich habe hier was, was wir zusammen angucken könnten. Aus diesem Grund, aber ich dachte halt, ich mache nicht etwas heftiges, weil ich wirklich einfach noch sehr geredet bin. Also ich hatte vor ein paar Tagen erst die OP und mir geht es so langsam wieder ganz gut. Aber ich bin halt immer noch ein bisschen angeschlagen. Ja, es ist so, ich habe einen Werbepartner. Einen neuen oder meinen allerersten Werbepartner. Da ich mich, also ich wirklich, ich freue mich so sehr, Leute. Es geht voll voran da und also wirklich, es ist so cool und es ist nicht einfach irgendein Partner. Ich finde, es ist ein sehr toller Partner, auf den ich auch stolz sein kann. Da sie was wirklich sehr tolles machen. Es geht darum, also ich habe jetzt mit Swissini, mein neuer Werbepartner. Vielleicht haben einen oder anderen, die in der Schweiz leben, was davon gehört. Das ist ein Verein, die zum Beispiel so Kühlschränke, wo man halt zum Beispiel Energydrinks und so Reinstellung herstellt. Und halt eben auch Energydrinks herstellt. Ist jetzt mein Werbepartner. Ihr wisst, wie mein Energydrink-Konsum ist. Klar, nicht allzu übertrieben. Aber doch, ja, nicht gerade ohne. Und ja, ich stehe auf Energydrinks. Und von dort, also von da aus ist es schon cool, dass ich gleich einen Werbepartner habe, die auch Energydrinks herstellt. Also das ist schon geil. Und das Besondere halt bei diesem Verein ist, dass sie die Einnahmen, also wirklich alles, was erwirtschaftet wird, durch die Einnahmen von den Kühlschränken, von Merchandise oder auch von den Energydrinks. Das geht also an junge Erwachsene, also an junge Erwachsene von 18 bis 30 Jahren, die zum Beispiel, oder die hauptsächlich nicht zum Beispiel, sondern die wirklich, die hauptsächlich halt verschuldet sind. Durch was auch immer. Ihr habt es vielleicht auch von euch selber oder durch euer Umfeld mal gehört, dass es doch viele junge Erwachsene gibt, die verschuldet sind. Ich kenne es zum Beispiel von mir, also nicht von mir selber, aber aus meinem Umfeld, dass die die Lehre abgeschlossen haben, plötzlich voll verdienen. Oder die gehen dann arbeiten, ganz normal nach der Lehre, verdienen um einiges mehr, als sie in der Lehre hatten. Aber vergessen dabei die Steuern. Ja, haben irgendwie keinen Puffer. Und wenn dann die Steuern da sind, die Rechnung, ja, kann halt schnell mal irgendwie von 3000 Franken oder so sein. Und wissen nicht was machen. Und so packen sie in eine Schuldenfalle, aus dem sie halt nicht mehr so schnell rauskommen. Also sie müssen irgendwie sich verschulden, um die Steuern zu begleichen. Und das, ja, da kommst du in einen Kreis rein. Ja Leute, also da könnt ihr stundenlang davon erzählen. Eben vielleicht kennt ihr das selber auch irgendwie von euch oder von eurem Umfeld. Und die Swissini, die hilft genau diesen Menschen. Und das finde ich echt cool. Und jetzt schauen wir mal, was ich von denen bekommen habe. Also hier haben wir die tollen Pakete. Und ja, wir machen es gleich mal auf. Ich habe jetzt nicht in die beiden Kameras aufgerichtet. Weil ich halt wirklich nicht lange am PC sitzen kann. Aus diesem Grund will ich nicht auch zu viel schneiden. Und deswegen wird es ein schlichtes Video. So. So Leute. Ich zeige euch mal eine Dose. Einmal eine 24 Packung. Classic. Das ist mit Zucker. Ich zeige euch mal die Dose. weil... also Leute, ich finde es, also die Dosen, die vorne, wie ich sehe, sie sehen halt schon ziemlich cool aus. Von Weitem denkt man vielleicht, ja, es ist einfach nur irgendwie schwarz oder so, Anthrozyt, aber es hat so einen Muster drin und ja, also ich bin halt eben der Typ, der auf schlichtes drauf abfährt und das ist wirklich genial. Es hat wirklich so ziemlich das drin, was auch andere Energy Drinks drin haben. Ja, Zucker, Eiweiss, Salz, es hat diverse Vitamine drin, also das, was man so kennt. Einmal hier, so, das stellen wir mal auf die Seite. Wir machen hier mal das nächste. Okay, Tau. Oh, da bin ich. So. So. Noch ein 24er Pack Classic und hier haben wir die Zero. So. Logischerweise, ohne Zucker. Die weissen Dosen, die sehen halt auch ziemlich cool aus. Und man riecht es schon, es schmeckt nach Energy Drink, also, hey Leute, also das ist es. Falls ihr Bock auf die Getränke habt oder auf einen Kühlschrank, Link ist in der Beschreibung. Geht auf Swissini.org und natürlich habe ich auch einen Rabattcode ergattern können. Mit Mingan 10 habt ihr 10% und schnappt euch was. Also, würde mir gefallen, wirklich. Probiert es aus. Es gibt wirklich, es ist für einen guten Zweck. Also, das Geld ist nicht einfach irgendwie für irgendwelche Profitgeiler Leute da, sondern es ist wirklich für einen guten Zweck, Leute. Also, macht ihr auch nichts Falsches, wenn ihr irgendwie das Zeug kauft. Könnt es euch. Habt Spaß damit. Wir sehen uns im nächsten Video. Gebt auf euch Acht. Güle güle.